ich glaube ich mach es einfach ich buddle mich auf unten rein wieder wir müssen wieder den berg runter also by the way boah jetzt hast du scheiße sag nicht dass es dieser eisberg da steht klar da bin ich eben gerade vorbeigerand der pläser das ist ein komischer berg ach du holy moly kakavoli was denn scheiße jolo mein gott ich bin angekommen hier schon mal ausleuchten hast du den oben gesetzt was oder was das jetzt gemacht nee ich habe mir du musst von oben eigentlich muss oben durch springen wasser ist das deswegen habe ich mich in den berg reingekommen weil ich springe noch nicht runter ohne wasser so lehre doch die berg hat jetzt gefunden ein bisschen ausleuchten ja was kann man auf lange so viel langweil haben eigentlich nicht nach das ding meinst du musst du dich denn auch untergekommen einfach eine seite ja ja irgendwo weiter unten vorher nur den pillern folgen bis nach unten ja es geht aber noch weiter runter also bei ich sehe weil es noch eine ebene darunter gibt folgen mit den pillern erst mal ok sieh nix er müsste man kommen ich sehe dich ich glaube dann war unter passiert nichts und jetzt also 20 blöcke in die tiefe dann richtig einfach weiter wurde wurde in buddeln wo auch das ist nicht ganz tief noch da runter 200 noch was böcke ich sag dich ja ich habe es gesehen hier geht es noch tiefer ich weiß meins ich kann ihn so nicht abbauen kaputt aber ich musste mir gerade nur meine 5e per creme aufmachen mach klein wie wort mal das ding aber ja da kriegst du glaube ich legendary und dadurch habe ich 5 epics bekommen 5 epics 10 greater und 20 gut ich habe schon wieder das pack bekommen jetzt müssen wir doch was suchen ne jetzt müssen wir ja noch was suchen ja sag dich ja wir müssen noch weiter runter wie tief geht es da runter weiß ich keine ahnung nicht tief 200 meter aber was der hier gebaut hat ja was lange und weil wir gehabt haben so hier geht es auch wieder runter ach du heilig quacker molly du hast keine fackel mit ne ne hat doch gesagt das denn hier ach du scheiße die sind überblicke frei generell was ist das hier alles tschüss wir müssen auf ebene 43 weißt du schon ne na toll wir sind zu weit runter mein gott fickt dich doch da hinten wir sind zu weit runter gegangen hast du blöcke mit du musst abbauen eben ein paar tschüss tschüss etwa 40 du musst du mein backpack da ich glaube wir hat blöcke mit luffisch nachher ist aber sagen wir den 1013 43 635 weg die spinne dein flitzteuer ich hab dich gleich hier das brauchen wir da drüben das ist das fertig ich will aber was anderes haben es kann aber wohl brauchen wir jetzt und das ist das nicht mehr soo ist das wohl you can find the lost ja wo kriegen wir diese wohl her was du hast eine diskette bekommen in der anderen diskette wahrscheinlich in welcher anderen diskette irgendeine ist doch meistens so oder gibt es hier noch etwas wo hin weil es geht hier nämlich richtig weit dann bestimmt ist das hier doch mal wie das ist doch nicht normal ich sag ja das geht hier richtig runter ich muss jetzt noch was essen hallo haben wir eben so viele pfeile angeflogen so meine meinst du das hier sind meine die geht es auch wieder hoch alter wie viel zeug ja ne übertreib doch mal du komischer vogel ehrlich dd boost einfach durch rein ich habe keine pfeile mehr okay ach guck mal hinten hast du ähm ja man haben wir eben weggetan wir sind vor die vielen goldblöcke was ist dahinten hier geht die welt nicht mehr bei mir weiter was übertreibt denn so denn so fuhr da ist es abse ja du hast sie und ich lässt mich ganz genau und ich lässt das ganze die volle hin wrong dimension it's really dark oh alles klar machen wir schnell port ne würd ich sagen oder schnell port ja toll ich brauche ne hä ach jetzt ich habe hier trotzdem wieder ab warum ach scheiße weißt wo wir jetzt landen was da wo du zuletzt gesetzt hast willi ja den anderen packs welche öffnen vielleicht kriege ich was ja wie ich hier drin weißt du was ich geh nochmal in die andere ebene rein und da waren oh bleib mal hier okay wie viele herzen hast du voll ne dann kann ich die herzen nein nein die 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 lebensherzen ja welche denn ja die vollen lebensherzen die haben wir sowieso drauf gezahlt elf stück habe ich jetzt schon wieder diese nice mal offen wir müssen sowieso hier in der nähe das ist nicht weit äh 1024 8100 das ist falsche richtung wir müssen hier lang oder wir können ja auch hier oben lang gehen das ja äh das ist diese reihe müssen 1024 sein ich habe ein paar Fackeln die sitzen hier ganz knapp 1042 dauert ein bisschen alter mein essen hier ne geht es da noch schneller lang da geht es schnell lang da runter wo geht es schnell lang ich hatte einfach nur mitgemacht aber vielleicht liegt das bei mir auch nur an dem Hammer was so dass es ein bisschen schneller geht boah dauert das pudel runter pudel runter wieso darum danke ich bin der Fackelträger von hinten ja was ist das denn hier ähm da ist ne Kiste mhm tschüss alter ernst toll wie soll ich da jetzt runterkommen wie weißt du nicht keine Ahnung soll ich es versuchen wenn du voll live hast versuchst du ahhh ich sterbe oh mein Gott es überlebt na wie viel leben äh vier hatte ich ich hab dich nicht verstanden vier also aber wenn du so behindert schreit wenn du übersteuert dann bist du leise quatsch quatsch mit soße oh wo kommt der denn her der Hurensohn was ist die Kiste jetzt hä hast du die Kiste ne Kiste scheiße dann haben wir auch fackeln wenigstens wir sind es fackeln fackeln sind da dann ja gut ein paar was ist denn für einer hier für den König hier geh weg wo ist mein Schwert wo ist mein Schwert wo ist mein Schwert ja wo bist du jetzt hallo bist du immer noch bei dem Ding ich bin runter wo bist du da bist du so lange bist du ja da ich hab nur noch sechs Fackeln zwei